Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die vierte Folge von L.S. Ellerbach und in der letzte Folge haben wir die Wiese gemäht und heute tun wir es wenden, also Heu aus dem Teil draus machen und aus dem anderen Teil ballen. So ist der Plan, wie es sich so ausgeht, wie es sich selbst überlassen. So ist der Plan. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. So, weil es bringt mir so wenig noch nicht, äh, ich lasse einfach da. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Aber eigentlich sollte das eh da durchgehen. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. So. 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 noch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Werdern Aber Leute, wie es mit dem Feld weiter geht und wie man die anderen Ballen pressen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt schlau, ciao, ciao. Bis dann, bleibt schlau.